moin moin und herzlich willkommen zurück zu the forest wir machen uns jetzt immer ganz schnell das feuerchen weil uns wieder kalt ist so essen machen wir später haben wir eher durst statt hunger als allererster will ich jetzt die stick ist da einsetzen damit wir hier auch schon fertig sind und dann nur noch vier stück nice sind wir hier auch fertig wohl dort könnten eigentlich auch so einen kleinen steg hin bauen oder so und ja wird sagen wir gehen er heute mal in richtung höhle bauen mal an ob wir da nicht steine und wir auch wieder oder aber steine haben keine steine aber den können wir eben noch irgendwo einsetzen dann haben wir den auch schon mal erledigt gilt da nur noch einer so einmal schauen haben wir schon weil wollte ich hier ablegen habe jetzt vergessen wenn wir hier noch geben ex jörg hat man was kann man alles aus ex was können wir daraus bauen und tarn rüstung da war es mehr nicht okay nur eine tarn rüstung den können wir auch mal auffüllen dass wir dann ein bisschen was haben, wenn wir gleich die Höhle da ganz im Norden da erkunden. Hingehen. Boah. Seht euch an, wie geil das einfach aussieht hier jetzt mittlerweile. Ich bin richtig stolz drauf, was ich hier gemacht habe. Und das wollen wir noch oben fertig kriegen. So, jetzt schnappen wir uns gleich mal eine Schildkröte. Issen die. Und dann gehen wir los. Und dann bin ich gespannt, was wir in der Höhle da hinten alles finden werden. Ich weiß vielleicht, dass genau in der Höhle auch noch der Bogen. Ich weiß nicht, was uns noch fehlt. Abgesehen von der richtigen Zugangskarte für das Boot da hinten. Glaube ich, ist nur der moderne Bogen, der uns fehlt. da sind wieder unsere Nachbarn. Die sind aber heute auch flott unterwegs, ne? Na, wo schwimmen die denn hin? Egal, da vorne haben wir einen. So. Den haben wir. Entschuldigung, ich musste eben kurz wusten. So. Und dann geht's gleich los. Und dann habe ich keine Ahnung, wie viele Höhlen uns eigentlich dann noch fehlen. Ganz im Norden, da müssen wir noch einiges erkunden, auf jeden Fall. Noch richtig weit im Norden. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir schon die komplette Insel erkundet. Und glaube ich, haben wir schon alles entdeckt hier. Also es gibt wohl da ganz rechts, ein bisschen nördlich von der einen Siedlung ganz unten rechts. Sieht so aus, als hätten wir da noch nicht alles erkundet. Also hier müsste auch schon mittlerweile wieder ein neues Seil sein. Oder auch nicht. Aber wir gehen lieber entspannt. Auf jeden Fall, dass da Mutanten auf uns zukommen. Schädel haben wir noch voll. Steine haben wir schon voll. Zehn Steine. Tatsache. So, den da ganz im Norden müssen wir fliegen. Den hier hatten wir schon. Glaube ich zumindest. Okay, die sind an uns vorbeigelaufen. Von uns nicht gesehen. Da haben wir noch ein paar Stickies. Ich habe ganz leise irgendwo ein Thrombosen-Jonas gehört. Da hier irgendwo am Stampfen ist. Das sehen wir da hinten. So, das wäre übel, wenn alle drei auf einmal hier auftauchen würden und angreifen. Thrombosen-Jonas, Muschiklaus und Galoppel-Heinz. Das wäre richtig übel, finde ich. So, Stoff. Okay. Äh? du hast mich nicht gesehen ich habe wirklich irgendwo ein thrombose hierunter stampfen ganz ganz leise fände ich jetzt nicht so geil wie der auf einem erzurennt wieder einer ureinwohner ich glaube es auch nicht das klauste was ich hier gerade machen auf dem strand rumlaufen ist das eine höhle noch eine ist da vorne kann das sein wir hier noch eine höhle gefunden haben oder sah das nur jetzt von da hinten so ist da nur so aus von da hinten okay das war jetzt keine höhle man jetzt nicht so gut sehen aber wir kommen dem immer näher dort haben wir sie haben wir die höhle neuen eintrag auf der to-do liste wir gehen aber erst mal rein hat etwas geruckelt jetzt gucken wir mal die neuen eintrag an kunde höhle im abgrund kunde kraterhöhle aber auch noch irgendwo neuen eintrag aloe vera überlinge dann nur löwenzahn rebrauner dachpilz keiner da ganz fehlt und fehlt uns noch fachsperr der fehlt uns noch ne hase aber wo haben wir den ach hier hier steht wildschwein aber egal nehmen wir den passagier haben wir noch geld haben wir noch einen ball so warte mal jetzt will ich mal wissen ja warte wo war die passagier liste passagier liste wir haben schon ordentlich was gefunden an passagieren 26 von 43 da haben wir wieder einen galopplines da haben wir wieder einen galopplines ja den können wir treffen komm noch ein bisschen den können wir auch noch ausschalten oder jo erwischt warte mal wir haben hier ja noch nein 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 boah nichts runterfallen und ja man ist er tot? nein noch lebt er ich kann da nicht längst nicht mal drauf gehen ah jetzt ist er tot ja ganz vorsichtig will hier nicht wieder runterrutschen ja warte wir können damit doch die die Jungs da irgendwie anlocken da hingehen vielleicht und dann oh wir haben nur noch sieben Pfeile auch nicht noch welche herstellen Pfeile brauchen wir noch Federn 1 2 3 4 5 ja legen wir mal so viel es geht 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 und nochmal 1 2 3 4 5 nochmal 1 2 3 4 5 ja so na da haben wir einen ja der haut ab ne doch nicht na an dem komme ich nicht dran ne an dem komme ich nicht dran den komme ich nicht dran daneben ja so komme ich ran und er jetzt wieder hier genau und der tod nicht unter nein 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 dann machen wir mal anders wo sind die so da liegen die ganzen pfeile nehmen wir erstmal wieder mit ja auch noch ein paar dann nehmen wir hier ein schönes stück mutanten rüstung mit wenn wir den ausrüsten bauen wir uns hier noch mal ein kleines lagerfeuerchen und schmeißen die beiden dann mal drauf dann gibt es gleich wieder schön ordentlich knochen ah jetzt sind wir in der höhle da sieht so aus als würde da noch eine höhle fehlen kann das sein haben wir eine vergessen übersehen oder so die dinger essen haben wir jetzt nicht mitgenommen ja komm die knochen noch mehr schädel oh woher kommt der denn auf einmal du wirst auch eine knochenrüstung solange das feuer da noch brennt dann machen wir uns eben noch schnell eine 1 2 3 4 5 6 1 2 3 dann haben wir hier gleich noch mal ein bisschen was an knochen so komm wird jetzt fertig wenn auch eben schnell ein snickerschen uns können die Frage die ich mir jetzt stelle ist welche höhle ist denn das jetzt die in der kraterhöhle kann das nicht sein das müsste dann wohl die andere sein wie hieß die jetzt hier noch mal höhle im abgrund ich glaube das ist die höhle im abgrund wir wollen die hier wieder und dann gleich schon mal so oder warte noch irgendwo ein weg nö nur dieser eine weg hier wo kam dann der her oder ist er da rüber gesprungen ich würde sagen wie es weitergeht erfahren wir in der nächsten Folge vielen dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin es euer MaxDeos und ciao ko so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020